Ja! Grüß Gott! Wir sind ein bisschen zu schnell gewesen. Wir haben eine Alkoholkontrolle gemacht, dass wir da bitte eine Alkoholkontrolle in die Blasen. Was hast du gemeint? 9,0! Wieso? Ich wünsche euch einen schönen Tag! Bitte langsam weiterfahren! Ciao! Ich muss mich kalibrieren! Ich bin ein wenig zuvor! Hörst du dich! Ich bin ein wenig zuvor! Ich bin ein wenig zuvor!